Wenn ich dir jetzt sage, dass das hier eins der wildesten Trinkspiele aller Zeiten ist, wirst du mir wahrscheinlich sowieso nicht glauben. Wir reden hier von dem Trinkspiel Beer Pong Extreme und wie der Name es schon sagt, wird es mit dem allseits beliebten Trinkspiel-Klassiker Beer Pong zusammen kombiniert. Bei Beer Pong Extreme handelt es sich um ein Kartenspiel und zwar gibt es diese kreisförmigen Karten und diese werden umgedreht natürlich unter deinen Bechern platziert. Diese Karten heben dein Beer Pong Spiel auf ein völlig neues Level, denn ab jetzt jedes Mal, wenn dein Gegner einen Becher trifft, kannst du dir aussuchen, trinke ich den Becher direkt aus oder erfülle ich die Aufgabe, die auf der Karte steht. Beispielsweise diese hier. Keine Geheimnisse. Was soll schon passieren? Lass deine Gegner deine Google Search History eine Minute lang durchsuchen. Du hast doch nichts zu verbergen, oder? Entscheide ich mich nun dazu, diese Aufgabe zu erfüllen und schaffe das auch erfolgreich, dann darf mein Becher stehen bleiben und ich bin dran mit Werfen. Wenn ich mich allerdings weigere, diese Aufgabe zu erfüllen oder ich schaffe es einfach nicht, diese Aufgabe zu erfüllen, dann muss ich den Becher natürlich trinken und er wird aus dem Spiel genommen. Bei 115 Spielkarten und Aufgaben bietet das Spiel also riesen Abwechslung und wird niemals langweilig. Hast du also Bock, Beer Pong Extreme mal auszuprobieren? Dann schau auf www.mybeerpong.com vorbei und zieh dir Beer Pong Extreme rein. Und ich meine, hier steht 18+. Die eine oder andere schlüpfrige Aufgabe ist sicherlich auch dabei, das heißt, der nächste Partyabend kann kaum.